Leute, was geht? Heute Trio Cup, zum ersten Mal ohne meinen Bruder, mit Luca a.k.a. Krizo und VVS Ocean. Luca kommt wahrscheinlich auch in VVS Clan, je nachdem ob wir heute Top 100 placen. In diesem Sinne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und vergisst nicht meinen Creator Code VVS im Item Shop einzutragen. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Runde vom Trio Champion Cup. Wie hieß von seiner mit Arm? Ja, ja, da kommt einer, Jungs. White, er hat einer P. Er hat, nein, er hat dieses andere Ding genommen. Das ist aber 1 AP. Wie viele hat er mitgenommen? Oh mein Gott, er ist 1 AP, ich schaff alles, Digga. Ich schau sie mit 1 AP. Ich hab ihn einmal gehittet. Er hat Sperre. Oh mein Gott, ich hab ihn 48 und 23 gegeben. Ja, jetzt ist er 1 HP. 48 und 29. Da sind noch andere rechts von uns. Direkt vor mir. 48 und 32. Lasst dich ficken. Vor mir sind noch zwei Spiele. Ich hab' nur noch zwei Harmonie. Ich geh' mal rechts. Ja, ich hab' nicht. 3-Johen. Ich hab' nicht so viele Harmonie. Ich hab' nicht so viele Harmonie. Wir springen gleich einfach rein, Simi. Nein, ich weiß nicht, ich hab noch zwei Bills. Warte, warte, ich kipp dir, ich kipp dir, warte. Split it. White, white, white. Nimm Bills, nimm Bills, nimm Bills. Alles gut. White, white, white. Einer noch. Oskar. Ich muss nicht. Ich, ich geh in AK. Aber ich geh nicht rein. Geh rein, geh rein, er ist alleine. Okay. Fällt uns, White. White. Happy, let's go, Jungs. Fully Box. 106, Duck. Pass auf, Pass auf, Pass auf. Oh, White, White. 97, White. Knock. Stark. Stark, Jungs. Stark, 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 Stark. Weißer. White. Let's go. Einer fliegt auf dich. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Das ist ein anderes Team. Ja, ich weiß. Das weiß ich nicht, Teams. Die kämpfen vielleicht gegenseitig. Ne, einer, einer geht nicht. Ja, die gehen alle hin. Ja, ich leg kein Laser vom anderen Team. Ich bin tot. Digga, also wirklich, ne, was spiele ich gerade, Digga? Versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich, versteck dich. Stark. Oder ist dein Mate noch am Leben? Nein, nein, der ist schon raus. Cracked. Einer cracked bei mir. Drei Leute in meiner Box. Drei Leute in meiner Box. Drei Leute in meiner Box. Und der. Jungs, Jungs, ich bin dead, Jungs. Zwei. Einer One-Shot, einer One-Shot. Ich bin tot. Nein. Zwei. Einer One-Shot, Digga. Zwei. 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 Firetakes Ich muss ihn durch die größte Opfer Du hast weg verlassen Ja Ja komm bitte Boah Und jetzt könnt ihr gegeneinander fighten Ja das wird safe klappen Oh nein 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 Ist richtig Ist auch nur einer der Rebooten wollte es wahrscheinlich Na ja Versuch mal vielleicht weg zu gehen mit Armen zu gehen Ihr Fotzen Digger Ihr Fotzen Er ist unmöglich zu rebooten Egal Da wird es uns rebooten Digger 1 minus 100 1 White Ach das hat nicht ihr meine Box Oh mein Gott Einer dead Stark 2 gegen 2 Fack neben mir an meine Wand Pass auf Du fickst sie Bruder ich hab Chill Bruder Ja einer noch Einer noch Machst du easy Machst du easy Ich hab keinen MP dabei Bruder Du hast nur zwei Punkte Ja Schaut mich er ist nicht gut Machst du easy Ja Junge Ja Junge Das ist so gut Ja Junge Das ist so gut Ich hab einen genockt Ich hab einen genockt Ich hab einen genockt Ich muss weg von dem Ich geh runter Ich bin tot und falsch an mit dieser Arme und ich kette Dings drin Da hinten in der Zone hinter euch In der Zone hinter dir Hinter dir hinter dir in der Zone Er hat mich gelasert Hier kommen wir bei uns Bei unserer Wand unten Chill Ich zieh durch Nein Warte warte Von Seite noch Pass auf Zone mach dir schon noch Tags Pass auf der kommt der kommt der kommt der kommt der kommt 110 Die mir kannst von Seite kommen Trapp mich in die Zone in die Zone rein tragen Schnell 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 Geh links rum Ey man ich schwörs dir Komm links rum Bruder Oh mein Gott Oh mein Gott Was für ein Nichts machen Egal wir haben gut Punkte gemacht Nur unnötig jetzt wieder gestorben am Ende 38 Minus 50 Minus 50 Hab ihn hab ihn Ich hab ihn gesprayt 18 Blut Ernst Digga Hab ihn geblockt Bin in seiner Box Ah nice Schön Junge Lila pump jemand Ja Jungs das ist die Größin K � Der 30er pump War lucky egal wir haben wieder gute Punkte gemacht Wir machen jede Runde 25 Punkte Wenn wir das weiter so machen, easy Top 100 Wir sind knapp vor Top 100 Zwei Punkte fehlen Oh, neben mir noch Oh, nee, Digga, ja, die Runde kannst du vergessen Geh weg, wenn du kannst Ja Oh mein Gott, hab ich getrouled Ja, nee Du bist so smart Du bist einfach ein Smarty Ey Ohne viel, voila Äh Ich geb mir ne goldene Basten, ich hätt deine Mutter ge- Oh, klar, okay Er läuft einfach nicht rein Nein, Digga Wir kommen aber wirklich auch immer in diese scheiß Drive-Cardy rein Er schluckt Ich hab ein Deck Bitte, bitte connecte was hier Ja, ja Bro, ich muss nicht mal was machen Box 100, 100, 100 White Hinter mir He is white Liesel, Liesel Double Riss Double Riss Liesel BAM Ja, früher wäre das ein 150er In den guten alten Zeiten vom Fortnite Oh mein Gott, Digga Aber die guten alten Zeiten sind vorbei Die guten alten Zeiten sind sowas Servus 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 Oh nein, nein, nein Oh nein Oh nein ja und dann schön rein ja 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 letzte runde kommt noch mal Ich bin heiß, ich bin hungrig auf der Suche nach Para, Bunker die Opis in der Tasche von Prada, Ticke die Baggies an die Kunden von Pasha, warte. Das ist nice, das ist nice, okay, danach mach ich mein. Zeig nix, mach ein bisschen Pro für meinen Bruder. Komm aus 7, 8 Monaten, Barcelona, Berlin City, wenn du mich suchst, hier bin ich wohnhaft. Weiß herum auf Cola und Limetten, bin auf Kuba. Action Jackson Chaya hinkt am Hals, so wie Klunker. John Travis 1er oder Nike Dunks, huuuh. Jeder fit ist krank, grießt die auf Baby, du kennst doch mein Gestank. Dicke, ja ich war vorm Rap schon bekannt. Dayjust, I saw, diese Clout, deine Frau, track ein Model Blick, wenn ich mein Kaugummi kau. Und die ganzen Hater dreht nur am Daumen, jage weiter Scheine und sie springen über den Zaun. Baby, pardon, esse bei Otalo, für Stammkunden gibt's keine Bubble. Zahlung, du und dein Team seid einfach nur planlos. Oh mein Gott. Glippau, unter dem Grund, ich weiß quell ihn an. Schau wieder! Ich weiß, dass du sehr gerne. Schau wieder! Wir sind blessed! Skiri-Po! 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 Pull up in SUVs! Skiri-Po! Skiri-Po! Luka, Luka hat einen Schock seines Lebens. Er kann nicht noch mal konzentrieren. Er wollte gerade zum White Team Champion Hype kommen. Wir machen Rapper mit morgen draus. Komm her, Achi! ACH! ACTIONS! G-Po! Luka, wie verwirrt bist du? Du musst nicht aufhalten, Luka. DIPPING, Luka! Es ist Luka 183! Egal, Jungs, 101! 1-01! Normal! 0-20-04-Bolt! Rosen-Daller-Platz wird Geld gemacht! Lüsli hat wieder drei Flaschen mitgebracht! 1-01! Hab's auf der Haut drauf! Ne, Juma! okay in diesem sinne deine mutter steht nicht auf der ist die sitzt drauf lassen aber da der kopf kommt jetzt die letzten videos und creator code vvs ein dass ich mir noch mehr